Roten Rose Vorschau Focke 3963 Jordis und Klaas finden durch eine Kampagne zur kostenlosen Behandlung von Obdachlosen wieder zusammen. Während Leila hofft, ihre alte Familie zurückzugewinnen. Jordis ist unsicher, ob sie ihre enge Beziehung zu Klaas fortsetzen soll. Aber er macht ihr klar, dass sie zusammengehörten. Marvin ist glücklich. Offenbar läuft es zwischen ihm und Franka wieder gut. Aber Franka ist von der Fehlgeburt alles andere als traumatisiert. Während Marvin darüber nachdenkt, eine Familie zu gründen, rennt Franka in die entgegengesetzte Richtung. Merle kam mit einem neuen Trend aus Costa Rica nach Lüneburg. Umarmungen. Gunther macht sich darüber lustig und sagt, dass es nicht sein Ding sei, Fremde zu umarmen. Zu beweisen, wie wunderbar eine Umarmung sein kann, bietet Merle Gunther eine Wette an. Hendrik ist außer sich, als seine Söhne durch Klaas von Luisa erfahren. Joe ist wütend, dass sein Vater ihn so viele Jahre lang angelogen hat. Als Hendrik diesen Sachverhalt klären will, sagt er wiederum nicht die ganze Wahrheit. Text MDR Text MDR